Willkommen zu einer neuen Folge! Hallo, Sir! So, davon sechse. Dann lass uns mal gucken, ob wir das hinkriegen. Okay, wir haben immer noch einen Freak und einen Screamer dort. Er ist hoffentlich immer noch hinter der Moor. Okay. 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 Was ist das? 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 So, jetzt müssen wir bloß noch unseren toten Kumpel finden. Hello? Fire in the hole! Too slow, too slow, too slow! Too slow, too slow! Oh, somebody's been practicing! Got to go, too early, too slow, too slow, too fast, too fast! Hatte ich nicht solchen Heilmittel eingepackt, verdammt? Hallo, Sir. Okay. Fast kaputt. Nicht aufhören, jetzt! Hey, Doc, das ist eine andere Wand in den Historiebüchern. Wir sind fast fertig. Es ist nur eine andere Wand zwischen dir und dem, was in der Zentrum dieser Infektion ist. Es ist kein Sinn, wenn ein Rest zu nehmen. Das letzte Wand ist nicht mehr weg. Zeit, zu erzeugen. Ich konnte jetzt nicht mal lesen, was er da gesagt hatte, ey. Zerstöre die vierte solchen Mauer. Oh, no. Ernsthaft? Ich muss diesen letzten Mann anzunehmen. Aber unser, unseren Käpt'n haben wir nicht mehr wiedergefunden, ne? Ich hab auch keine Ahnung mehr, wo der gestorben ist. Muss ich ehrlich zugeben. Mist, der hat so viel Munition und noch die Granaten. Ähm, der Jörgernort? Okay, ich werde ehrlich sein. Ich fühle mich nicht so hart. Ich brauche die Infirmary. Ich dachte schon, der kommt jetzt echt hier hin. Ich weiß nicht so hart. Ich habe es ein bisschen gehofft, dass die dritte solche Mauer auch die letzte ist. Can I help you with something? Ich gehe mal jetzt nach oben zu der und gucke, ob wir irgendwas cooles noch kaufen können. Noch eine Mauer, okay. So, kaufen wir doch durch die Reihe nochmal davon, was wir haben, haben wir. Damn, that's heavy. Wo, wo, äh, hä? Okay. Ach da, an der Veranda, alles klar. Ah, was ist das genau? So, der letzte Kampf heißt das auch noch. Okay. Also die letzte Mission noch, oder was? Okay. Das war's. gut ausgerüstet sind wir ob das reicht wage ich zu bezweifeln jetzt steht der genau da ich krieg's kotzen bewegt sich aber auch gerade gar nicht probieren wir müssen genau zwischen dieser häusern durch ich habe ein paar Dinge Ich meine, theoretisch, wenn er die ganze Zeit jetzt so stehen bleibt und uns den Rücken zuwendet, müssten wir ja vorbeikommen. Ich meine, theoretisch, wenn es nicht so ist, wenn es nicht so ist, wenn es nicht so ist, wenn es nicht so ist. Ich meine, theoretisch, wenn es nicht so ist, wenn es nicht so ist, wenn es nicht so ist, wenn es nicht so ist. Ich meine, theoretisch, wenn es nicht so ist, wenn es nicht so ist, wenn es nicht so ist, wenn es nicht so ist. Wahrscheinlich müsste ich besser im Nahkampf sein, aber so wirklich wissen, wie ich das anstellen soll, wüsste ich jetzt auch nicht. Warum ist denn da eigentlich schon wieder das Ding da? Nur ein Erdgeschoss. Was könnte jetzt? Ich glaube, ich habe etwas gehört. Keine Chance, irgendwo hochzukommen, ne? Habe ich das schon wieder vergessen? Alter, bin ich irgendwie selten dämlich oder was? Oh, ey. Oh, ey. Jusper! Habe ich das, was behind the last wall ist? Ich bin sicher. Oh, das war's. So, nochmal an dem Juggernaut vorbei. So eine Kacke. Warum kommt er jetzt zu uns? Er geht wieder weg. Ach, nee. Mute. Ich würde sagen, machen wir erstmal wieder ein paar Häuschen. Spitze bedanke mich. Bis Dinner.